Unser Beruf, also Schlagersänger, Popsänger zu sein, hat viele Vorteile. Wir sind frei in Auswahl. Ich kann morgen ein Lied singen, was mich gerade im Moment gefällt. Nicht wie in der Oper, wo man lange studiert, ein Stück, wartet, singt sehr viel, diesen ganzen Stück, diese Oper, um einen Hit zu haben in dem Stück. Das macht uns wieder, aber auf der anderen Seite gibt es viele Nachteile, wie zum Beispiel, dass wir nirgendwo fest engagiert sind und wenn etwas gesundheitlich passiert, bekommen wir gar nichts. Dann muss ich zurück zum Skoda oder Checker. Sie werden ja noch ein gewisses Polster haben. Und natürlich, das ist auch logisch, dass wir aufpassen müssen, was schlecht für Stimme ist, also trocken, trockene Luft ist schlecht, feuchte auch schlecht, warm, zu warm ist sehr schlecht, aber zu kalt auch. Und die Leute erzählen von Tenöre und ich bin ein Tenor, der auch immer sehr aufpassen muss. Man erzählt, die Tenöre reisen immer mit zwei Koffer. In einem hat er seine Garderobe und im zweiten Atteste vom Arzt. Ja?